Hallo Leute, heute in Mathematik in 5 Minuten ein Vergleichstest zwischen dem FX991DEX und dem FX991DE+. Berechnet wird die Fehlerfunktion von minus 10 bis 99 und los geht's. So, der neue Taschenrechner, der FX991DEX hat bereits das Ergebnis von 2,5066 und der andere Rechner ist noch am Rechnen. Er ist immer noch am Rechnen, immer noch am Rechnen, es geht nichts weiter. Laut jetzt hat er es 2,5066, das Ergebnis ist exakt das gleiche, hier seht ihr die Technologie des neuen gegen den alten, ich hoffe mein Video hat euch gefallen, euer Mathematik in 5 Minuten.